In Lugatzburg wollen wir heute zu Lugatz selber, dem großen Drachen, denn wir wollen sie ein für alle mal besiegen. So, und ich denke, dass Kupio, unser neues Himmelglied, uns so hier ziemlich gut weiterhelfen kann. Ja, ich glaube, unten war die Tür zu. Okay, ich hätte es ausprobieren sollen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die zu war oder nicht. Was geht denn hier ab? Wie komme ich denn da an diesen Orden ran? Ihr seht den auch, aber Kupio kann mir da auch nicht wirklich weiterhelfen, oder? Kann ich auf ihn draufspringen? Nee, kann ich nicht. Okay, dann brauchen wir hier für erstmal einen grünen Schlüssel. Okay, warte, schauen wir mal unten. Konnte ich vielleicht doch in diesen Raum da. Das musste ich mal testen. Wow! Warte, ich kann hier doch rein. Okay, ich dachte, der wäre zu. Ich muss immer alles abchecken. Wöp. Was haben wir denn hier? Also neben dem Paragumba. Haben wir auf jeden Fall irgendeine Kugel. Mit der wir aber nicht anfangen können. Wöö, Hilfe! Ich glaube, ich habe mich nicht geheilt, oder? Nein, ich habe mich auf jeden Fall nicht geheilt. Ich sollte mal... ...einen Cooper Blatt zu mir nehmen. Klapp. 3 BP mehr. Sehr gut. Ah, schön. Das Tor geht auf. Und leider müssen wir dann doch kämpfen. Ist nicht schlimm, denn die Erfahrungspunkte nehme ich gerne mit. Okay, da kann sowieso nur den Eier angreifen. Egal mit welcher Attacke, oder? Ja. Okay. Dann machen wir den Angriff. Huah! Sehr schön. Und Mario killt schon mal den vorderen Paragumba. Der hintere... Na, darf noch mal ein bisschen überleben. Und schon wieder habe ich so einen Style gemacht. Ich glaube, wenn ich irgendeine Extra-Taste drücke, nachdem ich einen Angriff gemacht habe, kann ich, glaube ich, einen Style machen. Ich probiere es noch mal aus. Yahoo, Yahoo! Ich gehe vielleicht mit B. Also A hat sie zugebracht. Okay. Ich werde übrigens nicht gegen jeden Einzelnen, den da kämpfen. So, die meisten vielleicht, aber jetzt nicht jeden Einzelnen. So, auch nicht langweilig werden. Und... Kann ich hin lang? Irgendwie? Hallo? Ach, der Scheiter ist gar nicht mehr aktiv. Okay, dann müssen wir es anders machen. Dann machen wir es so. Du hältst die Stellung. Oh! Und schießen! Feuer! Aber da komme ich immer noch nicht lang. Hm. Seltsam. Immer drauf fahren, um sicherzustellen, dass sie auch nicht echt sind. Na, die scheinen nicht echt zu sein. Warte mal. Hier ist eine Truhe, die so aussieht wie die eine, die wir schon mal gesehen hatten. Mit einem Fluch. Oh! Lange waren keine Gäste in diesen Gemäuern. Was? Du kannst meine Stimme hören? Dann musst du ja ein Held sein. Stimmt's? Ja, überhaupt nicht. Ich denke, jeder kann meine Stimme hören. Ich schätze, du bist da auf einen Trick reingefallen. Aber egal, würdest du mich vielleicht trotzdem aus dieser Kiste befreien? Das ist ein wenig Engel drin und ich bin schon ziemlich lange eingesperrt. Du musst nur den Schlüssel finden und die blöde Truhe ausschließen. Schon wieder? Was? Ich will dich sowieso mit einem Fluch belegen, sobald du die Kiste eröffnest. Wer macht denn sowas? So lächerlich. Lächerlich. Nein, sowas würde ich auf gar keinen Fall machen. Niemals. Versprochen. Okay. Wenn du mich rettest, kann ich dir vielleicht auch helfen. Quasi zum Dank. Man muss sich doch gegenseitig helfen. Das ist so wie geben und nehmen. Na, jedenfalls wäre ich froh, wenn du mit dem Schlüssel diese Kiste auch schließt. Ich gehe in den selber einen Schlüssel. Hier können wir auch noch lang. Vielleicht finden wir den hier drüben. Ich finde hier nur einen Haufen komischen Boden. Wer auch immer das hier designt hat, sieht nicht sehr schick aus. Aber egal. Die Kiste, die nehmen wir trotzdem mit. Mit dem Schlüssel. Wie passend. Äh, warte mal. Äh. Ich wusste, was ist mit dem Boden faul? Das sind alles Spikes. Äh. Ma-äh. Mario. Schau mal, was da ist. Und über uns auch. Oh mein Gott, es bewegt sich. Es bewegt sich. Das ist übel. Ich schätze, es wäre besser, wenn wir fliegen. Ja, los. Komm, nur aufzulabern. Das ist scheinbar. Hör. Hör. Falsch. Okay, okay, okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Und jetzt den Kopf. Den Kopf benutzen. Hier ist es bestimmt richtig. Nein, ist falsch. Okay, okay. Keine Panik. Keine Panik. Hier ist eine Sprengmacher-Wand. Aber wir haben nichts zum Sprengen. Egal. Wir merken, es ist einfach von irgendwann. Hier muss es doch richtig sein. Hier ist auch nicht richtig. Gut, gut, gut. Es kommt über der. Es kommt über der. Okay, okay, okay. Hier ist es auch falsch. Hier ist auch falsch. Zehn Sekunden. Ich hoffe, das war es. Das wert, Mann. Oh, du hast den Schlüssel. Wunderbar. Dann tu ihn mal da rein. Ja. Du Tor. Was? Ich bin doch kein Tor. Bei mir kannst du kein Fußball reinschießen. Oh. Schon wieder ein Fluch? Ja. Was bist du für ein Narr? Aber meine Lügen waren wohl zugeschickt. Ach, Mare. Lässt dich schon wieder bei einem Scammer ein. Aber diese Burg ist ohnehin eine Pfanne, aus der es kein Entkommen gibt. Wir wirst in diesen Mauern elendiglich schmachten. Aber vorher wird dich noch ein schrecklicher Fluch treffen. So sei denn verflucht. Schon wieder? Ja, so sieht es aus. Selber Schult. Und dieser Fluch ist noch viel, viel schrecklicher als der letzte. Drückst du ZR, sonst dreht sich dein Körper wie ein Blatt im Wind. Wie schrecklich. Und nun zeigt mir deine Gestalten all ihrer Erbärmlichkeit. Halte ZR gedrückt und niemand wird dich hier wieder sehen können. Hä, was soll ich machen? Hä, was soll das? Zeig mir doch mal. Gehlt nicht. Gedrückt halten. So. Oh mein Gott, niemand kann mich mehr sehen. Aber cool. Nur, wie gefällt dir deine jämmerliche neue Gestalt? Der Fluch hält an, solange du gedrückt hältst. Sprengen, Laufen, alterne Bewegungen werden absolut jämmerlich aussehen, weil ich niemanden sehen kann. Hast du verstanden, was da tut? Ja. Nicht die Brühe. Nur lebe wohl, du Neue. Oh nein. Wie schlimm. Endlich kann man mich nicht sehen. Ja, ho, wah, ha. RIP. Und das hält nicht nur für mich, sondern auch für meine Partner. Oh. Oh, das ist cool. Oh, das gefällt mir. Hallo. Blöp. Das ist gar nichts. Das ist ja gar nichts. Schade. Kriegst du dich mit Hilfe? Kommst du damit durch? Ja. Und dann holen wir uns den Orden. Soundfx. Ah. Was? Mario macht Froschlaute? Das muss ich mir mal geben. Kostenlos. Okay. Wann macht er denn Froschlaute, wenn ich springe? Ach so, beim Hammern. Ja, okay. Warum nicht? Ein paar Froschlaute. Das ist besser, als was es im 65er-Bleger gab. Die nervigen Soundeffekte brauche ich nämlich nicht. Ja, okay. Geile Ability, würde ich mal behaupten. Und mir würden auch schon direkt mal ein paar Orte einfallen, wo wir das benutzen können. Ne, da oben nicht. Da oben im Moment noch nicht. Dann müssen wir nochmal kurz backtracken. ein bisschen. Ich weiß gerade auch nicht wirklich, wo das war. Ich hoffe, es ist der Raum hier. Wenn nicht... Doch, hier war das. Okay, sehr gut. Äh, äh, hier kommen wir lang. Nein, kommen wir nicht. Ah, deshalb ist mir das auch aufgefallen, dass das anders aussieht. Weil ihr seht das ja auch, dass hier überall das Licht durchgeht, aber hier nicht so richtig. Okay, nehmen wir uns den Burgschlüssel in grün mit und dann können wir nach oben gelangen. Nein, Kupio! Oh, 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 oh. Hi, Kupio. Hör auf, dich zu deportieren! Du brichst die vierte Wand, Mann! Nicht cool, ey. Nicht cool. Und warum leuchtet ihr das Rot? Ich glaube, es ist nur das Licht. Na ja, jedenfalls... Ich bin gespannt, wie lange diese Burg hier noch weitergeht. Alright. Habt ihr die Reflekte gesehen? Reflektionen hier? Schaut mal, man kann Mario an der Wand sehen. Ray Tracing ist die Zukunft. Wo ist denn das Ding? Komm ich wieder runter? Ja. Und... Genau, der grüne Block bringt uns zur grünen Tür. So sag ich das einfach mal so. Ich weiß immer noch nicht, wie viel man hier hochkommen soll. Die neue Ability hilft uns doch auch nicht, wirklich. Also ich kann es euch nicht sagen. Hm. Vielleicht finden wir es noch heraus. Das kann ja noch sein. Gehen wir es mal weiter. Ich denke, das ist das Beste fürs Erste. Heilung! Nee. Noch nicht. Ich weiß, 6 Cent sind nicht viel. Aber ich bin geizig. Hey, wer reißt denn da die Seiten kaputt? Schaut euch, was ihr angetan habt. Der Zaun ist komplett im Arsch. Oh, Mann. Ich werde das nicht zahlen? Nicht schon wieder, oder? Schaut mal, da hat es fast Mario damit getroffen. Wer auch immer diese Macht da von oben kommt. Und das hier macht. Keine Manieren. Und nun? Okay. Hab verstanden. Ich schreibe euch das aber. Ich hätte weiter oben landen müssen. Okay. Also ich glaube, ich hätte mich gegen die Wand lehnen müssen. Damit ich da an dieser Plattform lande. Ich versuch's nochmal. Ja. Ist richtig. Okay. Und was finde ich hier? Ist das jetzt ein Scherz, oder? Das ist jetzt so ein Scherz. Sie ist nichts. Wozu mache ich mir die Mühe? Hallo? Das ist falsch. Das muss doch scheinbar so sein. Ähm. Na gut. Dann, äh. Scheint das wohl falsch zu sein. Aber ich will nochmal gucken, was... ...der Lieder in der Block nochmal macht. Hab's nämlich grad vergessen. Der füllt mich ja hier hoch. Aber was war hier oben nochmal? Achso, hier war glaub ich nur ein Schwerensplitter, ne? Ja, okay. Unwichtig. Äh. Was könnte man denn hier noch ausprobieren? Ich meine, ich kann mich ja jetzt so verwandeln. Vielleicht ist das halt die Lösung. In diesem Raum gibt es viele Fenster. Sind die alle gleicher? Fällt dir eine auf? Oh, danke für den Hinweis. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Bin ich ganz ehrlich. Wow. Oh, ich kann mich sogar... ...sogar sehen. Okay, das ist mir wirklich aufgefallen. Danke, Combrina, für den Tipp. Dankeschön. Okay. Ja, war klar, dass wieder einer echt ist von euch. Das war wieder klar. Ja, auch. Du. Oder dein Nachbar. Ne, zum Glück nicht. Okay. Cupio. Du musst mir mal helfen. Und go. Okay. Das ist ein besonderer Pilz. Hey, du will ich haben. Und du lebst. Oh mein Gott. Ich hab einfach nur so drauf gehauen. Bam. Aber okay, er ist ja direkt mal tot. Und da das ja nicht als eine Runde zählt. Oder als ein Angriff. Kann ich direkt nochmal mit Mario. Den haben wir angreifen. Und das war schon. Krasser Kampf. Kurzi. 5 XP abgestaubt. Ohne Schweiß. Gibt's keinen Preis. Kann ich da runter? Nein. Also ja, ich kann da runter. Aber das war nicht, wie ich's wollte. Oh, schade. Hä? Okay, vielleicht aufladen? Jetzt. Okay, man muss aufladen. Kann ich da nicht runterfallen? Ich kann doch safe von hier aus runterfallen, oder? Okay, das haben die aber extra gemacht. Jupp. Damit ich so an den Lebenspilz komme. Stellt 10 KP wieder her, wenn Mario oder seinen Partner besiegt wurde. Das ist mal interessant. Okay, Lebenspilzchen gab's auch schon vorher. Aber das ist halt... Ich find das so interessant, dass der Partner jetzt auch down gehen kann. Aber find ich besser, dass ich nicht. Find ich besser. Was geht jetzt ab? Oh, äh, hi. Na, no. Wie seltsam. Ich bin wohl nicht die einzige Besucher in dieser Burg. Äh, wer... Wer bist denn du? Ich? Ich bin eine Diebin, die viel in der Welt herumkommt. Man nennt mich Margarine. In dieser Burg soll es irgendwo einen seiten Orden geben. Deshalb bin ich hier. Aber sagt, was treibt euch denn die Veräulenden, Gemmeyer, dieser alten Burg? Wir sind hier, um Lohr zu besiegen und ein Sternjewel zu finden. Und ja, da können wir dieses Sternjewel unter keinen Umständen überlassen. Ist das ein Sternjewel? Ich weiß auch nicht einmal, dass es so etwas in dieser Burg gibt. Habe ich vielleicht gerade einen heißen Tipp erhalten? Äh, nein. Ah, egal. Schließlich wart ihr zuerst auf der Suche nach diesem Sternjewel. Mein Orden habe ich schon. Das stellen die Füße. Also, ihr habt eure Beute sein. Äh, danke, schätze ich. Hat die Stücke Schuhe an? Oder sind das einfach ihre Füße? Hä? Wie bitte? Auf den... Auf den... Wie bitte? Hehe, zum Abschied. Nur so. Dabei haben wir uns gerade erst getroffen. Aber es ist sein Filmabschied. Äh, was ist also unverschämt? Ach ja, als wollte ich dir doch sagen. Ruf mich an. Oh, unter dieser Punkt findet sich ein Orden, der im Kampf gegen den Drachen helfen soll. Was von Orden? Das... Ich habe doch keine Ahnung. Find ihn einfach. Wenn du gegen Lugat kämpfen willst, dann brauchst du auf jeden Fall diesen Orden. Und damit Adieu, mein bärtiger Kavalier. Bis zum nächsten Mal. Äh, was ist das denn für eine... Aber irgendwie auch charmant, oder? Bro, du hast eine Freundin. Ach, dann geht's noch? Was? Küsst die mich einfach? Hallo? Wenn mich jemand küssen darf, dann entweder Peach auf die Wange oder Gumbrina. Oder der Tebu. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber hey, ich habe die Insignien liegen gelassen. Plus noch ein paar weitere Kisten. Also, wenn sie die nicht mitnimmt, dann nehme ich die halt mit. Einen Pilz. Dankeschön. Und einen Burgschlüssel. Okay, perfekt. Mit dem kommen wir weiter. Und den Honigsirup nicht vergessen. Der ist sehr, sehr wichtig, tatsächlich. Ah, möchte ich schon trinken? Eigentlich nicht. Wir sind knapp in einem Level-up dran. Noch trinke ich den nicht. Komm mal her. Komm her. Yeah. Schul erwischt. Bam. Weiß nicht wieso, aber mit dem Hammer anzugreifen ist immer so satisfying mit Mario. By the way. Der kippt jetzt um. Das ist ein Froschgeräusch. Und wir greifen jetzt Kupio an. Ich sehe das erst jetzt. Die haben ja alle ihre eigenen Animationen, wenn die hier so ein Menü rum überlegen, was die ansetzen wollen. Das ist ja cool. Das habe ich noch nicht ganz so drauf. Aber das werde ich auch noch schon im Laufe der Zeit drauf haben. Ganz sicher. So, ganz sicher ist auch, dass er jetzt leidet und verschwindet und mir vor allem einen Level-up gibt. Level-up. Okay. Entweder BP oder OP. Ich würde sagen OP, weil wir jetzt so viele Orden mittlerweile. Ich will ja ein paar mehr noch benutzen. Ein paar mehr Attacken. Ein bisschen mehr Variationen. Kann nicht schaden. Aber von dem Leben her. Ich habe so viel Leben. Nächstes Mal bin ich wahrscheinlich nochmal BP. Erhöhen. Zumindest Standpunkt jetzt. So. Orden. Ich finde die Reihenfolge von den ganzen Dingern hier nicht wirklich gut. Ich finde Orden sollte ganz links sein und Team ganz rechts. So wie es im 60 Teil war. Power-Douts. Oh, kostet 3. Er trifft Gegner, solange das Action-Kommando stimmt. Ja, aber. Ja. Ja, doch. Doch. Ich brauche den. Ich muss es wieder versuchen. Diesmal wird es besser klappen. Bestimmt. Hier habe ich das Timing sowieso besser drauf. Du wirst schon wo. Was hast du für ein Problem, Kollege? Verschwindel. Ich hätte den Hammer schlagen sollen. Das ist nichts gemacht. Schade. Nicht so schade, dass ihr jetzt dead seid. Ach nee, der Kollege hinten liegt noch. Was können wir ändern? Ich habe vergessen, dass ich noch X drücken kann, um im Vorderen anzugreifen. So was habe ich schon wiederkommen vergessen. Cool. Ich habe mich auf Wegesband, oder? Was ist denn über mir? Ist das ein Knopf oder so? Okay. Habe ich voll erwischt. Okay. Zumindest noch geblockt. Koopio. Mr. Koops. Du weißt ganz genau, was zu tun ist. Ey, die leben ja noch. Die leben noch. Das ändern wir. Yahoo, Yahoo. Yeah. Der Powerdots. Schaut ihn euch an, wie oft wir angreifen können. Ich finde, das ist schon die 3 OP wert. Boah. Das ist auch wert, dass du jetzt mal verschwindest. Nein. Das reicht nicht. Und der Hammerangriff wird auch nicht reichen. Nee. Einfach im Leben. Und ein Angriff. Okay. Aber zumindest perfekt geblockt. Und Mario erledigt den Rest. Ich weiß nicht, welches Battlefiel mich mehr mag. Das hier in der Burg oder das normale. Ich finde beide irgendwie super. Das sind beide eigentlich gleich gut. Ich muss ja kein Fabian überall ziehen. Abo ziehen. Wenn wir jetzt keine Hellblock mehr bekommen sollten, dann würde ich wahrscheinlich... Okay. Cool. Dann würde ich wahrscheinlich noch mal meinen Sirup trinken. Nein, wir haben keine BP mehr. Okay. Das ringt einfach anders. Mit einer freshen Feuerblume. Rup, rup, rup. Herzkuller gefunden würde Mario, die... So als Power-Up benutzen. Wo dann so... Höh? Einfach so die... Feuer... Welle werfen. Zumindest ist das so in Stickers da. Kann ich mir nochmal erinnern. Ah, ich habe mit einem Stick gedreht. Das ist cool bei ihm. Oh, ich glaube, das ist immer attackenbedingt. Das war jetzt eine Attacke, wo man... Äh... Den Stick benutzt hat. Vielleicht hat es damit was zu tun. Das könnte natürlich sein. Okay, vielleicht nochmal was ausprobieren. Ne. Ich habe euch keinen Style machen. Und ich glaube generell, die Style-Punkte machen nur, dass das Publikum glücklicher ist und wir mehr Sternenergie oder sowas in der Art bekommen. Oh, nixerob. Ich habe sehr viele Items. Wie viele haben wir es eigentlich? Kann man so viele tragen wie möglich? Ich glaube eigentlich nur 10 Items, soweit ich weiß, oder? Haben wir es geändert? Mal gucken, wir können es schauen. 1, 2, 3, 4. Ja, wir haben genau 10 Stück. Okay, müssen wir beim nächsten Mal schauen, wenn wir ein Item bekommen. Oder ist es natürlich... Äh, aufpassen. Stick dürftet. Das ist natürlich ein Item, was ich gerne hätte. Ein Sternensplitzer. Ich möchte zumindest versuchen, die zu sammeln. Ich verspreche kein 100%-Letsplay, aber ich möchte es auf jeden Fall mal versuchen. So. Und deshalb... Nein, da fällt man runter. Ach, Idiot. Okay, das habe ich nicht gecheckt. Alright. We do it all again. Klopp. Warte, warte, Kollege. Warte, Kollege. Und los. Ach, komm. Ach, Kupio. Komm schon, Kollege. Also... Der Millimeter da. Der Millimeter da. Wenn mich auch immer runterfällt. Aber das Spiel sagt... Nee. Er schafft es noch nach oben. Okay, hier kann ich lang. Das ist aber auch echt schwer zu sehen, weil es auch so dunkel ist. Das habe ich auch vorhin runtergefallen. Okay. Jetzt haben wir es. Und ich habe es schon gesehen. Und wir müssen leider... Den Papierpfleger benutzen. Oh nein, nicht schon wieder. Aber wohin? Ach, da oben hin? Ach, nee. Ach, nee. Okay. Ich schätze, das gibt wohl wieder eine neue Montage. Äh, ja. Viel Spaß. Außer ich schaffe es jetzt sofort. Nee. Nee, das habe ich nicht. Toll. Sehr, sehr toll. Jappi. Jappi. Ich bin's, äh, der Mario. Ich bin, äh, so gut in allem, was ich hier mache. Jappi. Aber Kupio nicht. Da kann ich gar nichts. Ey, lass mich durch. Oh. 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 Ich hab's. Oh mein Gott. Ich muss gleich cutten. First Try. Meine Taktik hat funktioniert. Oha. Und wir könnten uns jetzt nochmal heilen. Aber ich bin immer noch gierig. Und vor allem geizig. Das meinte ich. Ich bin vor allem geizig. Ich trink einfach lieber einen Honigsirup. Ja. Mein Geld kriegt ihr nicht, Spiel. Auf keinen Fall. Wie sieht es eigentlich aus? Wenn du eine Patte steckst, kannst du auch einfach meine Fähigkeiten nutzen. Muss ich immer mit Combriner reden. Ja. Ja, ich hätte... Das ist recht. Oh, cool. Der Fortuna-P-Orden sinkt ein Partner-KP auf fünf oder weniger. Wird erlittener Schaden halbiert. Not bad. Aber ich hab gerade keine OP frei. Dennoch. Not bad. Schnell holen wir dir. Danke. Ich hatte mit dem... Kommen wir jetzt... zum Dragon. Und da bin ich richtig gespannt auf so einen epischen Bossfight. Oh, eine dritte Insignie. Let's go. Soll ich mich noch heilen? Ich glaube, ich lass es einfach. Komm. YOLO. Und rein da. Oh, wow. Ich hätte nicht gedacht, dass wir wirklich hier oben noch so auf einer Bucke sind. Versuchen wir mal, den Gegnern auszuweichen, obwohl das ist gar nicht mal so einfach. Vor allem bei den Paracoupas. Was ist denn jetzt? Äh, Info? Du warst keine Info. Außer ich switch dich rein. Dann hast du Info, oder? Mario, schau mal. Ich kann mit meiner Hand fast den Himmel berühren. Wenn ich von hier aus auf die Landschaft hinabsehe. Oh, wir werden richtig schwindelig. Ja, okay. Dann packe ich wieder meine Tasche rein und wir gucken uns alleine um. Uh, ich kann hier hoch. Oh, das ist cool. Boah, wie riesig diese Burg auch ist. Der Dach hat sich doch unmöglich gebaut. Wer hat diese Burg gebaut hier? Wem gehörte die eigentlich? Oh Gott, da ist eine Wache. Komm ich hierhin vorbei? Nein. Leider nicht. Oh Gott, das sind ja viele von euch. Äh, ich nehme mal kurz den Shortcut. Um diesen Kampf leichter zu besiegen. Blub, blub, blub. So, zwei von denen sind down. Der eine da oben sollte runterfallen. Feind tut aber nicht. Warum nicht? Warum tut das nicht? Das geht echt gar nicht. Ja, okay, komm. Nur noch der Parakuba da. Der kann doch nichts. Was will der, hä? Hä? Aua. Da, 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 da. Wie will sie gehen jetzt los? Was? Kein Schaden. Ernsthaft. Aber, aber er muss sie doch nicht besiegen, oder? Ja, okay, sehr gut. Ich, 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 ich wollte schon sagen, Mann. Hätte doch nicht gepasst. Bam. Schwindel. Oh, da gibt mir die Vollblube zurück. Hat sich also gelohnt. Wahoo, jahoo. Okay, gut. Hier ist nochmal ein Safe-Block und ein Heil-Block. Wir sind jetzt wirklich da. Wir sind wirklich jetzt angekommen. Bei Logatz. Ja, ich sag mal, gemächern. Mehr oder weniger. Mal kurz schauen. Soll ich mich nochmal heilen? Ich werde mich nicht heilen. Ich werde einfach so reingehen. Aber erst in der nächsten Folge. Ja, ich muss es doch spannend machen, Leute. Ihr wisst es doch. Ja, so ist es. So muss es. Und dann geht es hinein. In den großen Drachen-Boss-Fight. Aus Chapter 1. Und dann geht es um den großen Drachen-Boss-Boss-Boss-Boss-Boss-Boss-Boss-Boss-Boss.